Was geht ab Boos? Herzlich willkommen zu einer Folge League of Legends und ihr könnt schon sehen, wir sind aktiv wieder da. Ich freue mich wirklich endlich wieder da zu sein. Ich muss mich jetzt noch hier ein bisschen gewöhnen. So und wie ihr schon sehen könnt, Pantheon im Jungle mit dem Drachentöter-Skin. Ich finde den Skin ja mal richtig geil. Obwohl ich eher für Drachen bin, aber naja. Nicht so wichtig. Wir zocken auf jeden Fall hier im Jungle. Haben wir noch den Yellow Skill und den Dead Knight dabei. Der zockt hier in der Mitte mit Nasus. Und Yellow Skill Thrash auf der Bot mit Grace. Und auf der Top haben wir einen Poppy. Poppy, Poppy, Poppy. Und warum wurde ich jetzt da... Oh, das kann nicht sein. In einen tiefen Brunnen gestoßen zu werden, sollte deine kleinste Sorge sein. Sehr schön. Auf der Stelle. So, ist schon. Komm her. So. Ab zum Blue Buff. Okay, er ist real top. Lulu Wayne Bot und keine Mitte. Wir nennen sie im Jungle. Amumu. Also der neue Skin sieht richtig geil aus, Leute. Gefällt mir wirklich gut. So, wir sparen jetzt hier unser Queue auf. Beziehungsweise unsere Spells. So, Ezreal. Okay. Bevor er Level 2 erreicht, könnte man den eigentlich ganken. Obwohl Poppy, glaube ich, da keine Hilfe braucht. Und ja, ihr könnt schon lernen, ich bin wieder ein bisschen krank. Ach, Embo hat immer Probleme. Yes. Haha. Perfekt eingesetzt, die Spears. Perfekt eingesetzt. Ich wusste einfach, dass er daraus flasht. Und dann einfach nur ein Spiel hinhalten. Und die Sache ist gegessen. So, Bot kann man da was machen. Oh, Vorsicht. Schöner Grab. Schöner Grab. Schön. Einfach nur schön. Good job. Also, was können wir hier reißen? Da holen wir uns schnell mal den Geist. Schön. Bot lane kriegt noch einen Kill. Ich komme, ich komme, ich komme. Kein Flash. Good job. Aber er geht auch da an. Sorry, aber da kann ich nicht mehr machen. So, ich nehme jetzt ein bisschen Farm. Also, für uns läuft es gut. Gut. So, jetzt Vorsicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon weg. Schön. Also, die Lanes laufen. Und wir laufen auch mit unseren neuen Skin. Ich weiß gar nicht, wie man Punch and Jungle baut, ey. Aber wir haben hier instant... Instant die Laterne. Also, von daher... ...baue ich halt auch mal auf die Laterne gleich. Warum nicht? Boah, und ich bin immer noch krank, ey. So, Vorsicht. Erstmal soll er seine E aktivieren. Erstmal soll er seine E aktivieren. So, wir machen einen schönen Tower-Damage. So, wir machen einen schönen Tower-Damage. So, wir machen einen schönen Tower-Damage. Wohl, wir könnten ihn ganken. 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 Mit Flash in, aber... Da kommt Amumu. Wohl, wir könnten ihn ganken. So, Blue gesealed. Freunde! Der hat kein Mana. Oh Mann, was für Ungeschlachte. Das war richtig geil. Da hat das Schild von Lulu auch nichts mehr gebracht, das hat er wirklich gut gemacht. Da werden wir gleich zu geflamed, wie ich das liebe. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So. Top Lane. Ich komme gleich. Komm, 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 komm. Shit. Ist weg. Alter, wie der rumflamed ey. So, nochmal Top Lane oder was? Das war's. Das war's. Ich bin weg. Ich bin weg. Das ist weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. ist genau im richtigen Moment so was ist los? ich komme obwohl das packt ja auch selbe einfach nicht fighten so 3k muss man hier zurück ähm ähm ja ich wäre auch sehr gerne dafür ähm boots die kosten nur noch 800 ähm ich nehme lieber rüstungs boots ja und dann noch ein schwert so nochmal schnell die Mitte hier ist so viel Farm komm her komm her komm her oh mein gott ok ich bin weg shit first death ist ok schön nein na, nein es warst gellent Warum nimmt er mir mein Red weg? Da wollen wir jetzt nicht zu geizig sein Draken, Drake, Freunde So, gut Gut Job Mach die Mitte Komm Tja So, bloß gehen Wenn ich es schaffe Das wird knapp, glaube ich Weil Amo muss drüben Sehr gut Vorsicht, Amo kommt Amo muss da Oder Alter, was rotzt ein Ding für ein Damage Und Oh Damage Oder das hier Damage Oder das hier Zack Und Wir haben keinen Platz mehr Nimm mal noch Ne, das passt Obwohl Was mach ich denn jetzt, ey? Egal Wir gehen jetzt erstmal das Rest gold sammeln Das reicht so Das reicht Vorwärts Die werden wahrscheinlich surrendern Aber das ist mir egal Sonst war es ein geiles Game Und ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht, Freunde Vor allem der neue Skin hier Oh, was geht da oben ab? Komme Hatsch Hatsch zack Blutduster und nochmal raus ich komme ich komme ich komme okay er ist tot so verfolgt er immer noch ja stirb wo sind sie denn alle hin auf einmal und er kommt gut job mein Spear komm schon ach verdammt gut gut 10 Kills Alter wie geil Boom was ist das für ein Geräusch ey von Grace sieht doch kein Typ aus so mit level 14 holt ihr euch ich hab keinen Bock den zu verfolgen ich geh back so zack und dann noch einmal warten wir nochmal ab wir werden Krieg kennenlernen was für das hier tot ah freundlich wird auch sangfinished auf der Stelle ey wir teilen so einen kranken Damage aus das ist unglaublich kann ich ihn anspringen von hier ne flashmal zu voll um rüber zu laufen krank ohne mit tot Alter Komme Good job Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf Haha So, Gigi Weplayed würde ich sagen Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, Freunde Und wir sehen uns beim nächsten Mal Euer Embo, peace out, yeah